Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Archäologie. Wir befinden uns hier in der Ausstellung zu den Moorleichen der Eisenzeit auf Schloss Gotthorff und ich freue mich ganz besonders, dass heute Frau Dr. Angelika Abbeck-Wick hier bei uns ist, die als Kuratorin für diesen ganz besonderen Sammlungsteil zuständig ist und diesen Bestand auch erforscht. Liebe Angelika, die Moorleichen in Schleswig-Holstein hier in unserem Museum sind ja sowas wie unique selling points, Alleinstellungsmerkmal unserer Sammlung. Wie kommt es denn, dass in Schleswig-Holstein doch eine ziemlich große Anzahl von Moorleichen entdeckt werden konnte? Ja, es ist schon seit dem 19. Jahrhundert so, dass wir dort die ersten Funde erhalten haben, hier in unserem Museum. Wir können also wirklich sagen, dieses Jahr 2021 haben wir 150 Jahre Jubiläum erforschen, sammeln und bewahren der Moorleichen. Die erste wurde 1871 in einem Moor bei Rinsfüren entdeckt, eine männliche Moorleiche und die weiteren Funde kamen dann zu Tage bis etwa 1960. Die Moorleichen in Schleswig-Holstein stammen ja aus Mooren, sonst würden sie ja nicht Moorleichen heißen. Bedingen das die die Moore denn, dass diese Körper überhaupt erhalten bleiben? Ist das nicht gebunden an den Naturraum bei uns, dass wir eben gerade in Schleswig-Holstein so eine große Anzahl haben? Also Schleswig-Holstein zeichnet sich ja aus durch eine Vielzahl an Mooren. Es ist ein feuchtes Milieu und die menschlichen Körper, die dort niedergelegt werden, lagern dann unter Luftabschluss und ohne Sauerstoffzufuhr. Das heißt, die Bakterien können nicht auf die Körper einwirken, so in die Maße und halten praktisch die Verwesung der menschlichen Körper an. Das weitere Milieu in den Mooren fördert auch die Erhaltung der Körper. Es kommt zu einer Art Mumifizierung. Die Haut erhält sich, die Haare der menschlichen Körper. Teilweise haben wir auch noch eine Knochenerhaltung, meist in einem sehr weichen Zustand und mitgegebene Kleidungsreste und so sind auch entdeckt worden. Wenn man jetzt den Gesamtbestand so überschaut, da stellt sich ja als erstes eigentlich die Frage, sind das nur Männer, sind das nur Frauen, sind das nur Kinder. Also was sind das für Menschen, denen wir da begegnen? Also bei uns im Bestand haben wir noch etwa zehn erhaltene Moorleichen. Hier in der Ausstellung sind fünf ausgestellt. Insgesamt wissen wir, dass etwa 60 Moorleichen hier in Schleswig-Holstein zutage kamen, die aber eben nicht mehr alle erhalten sind. An den Moorleichen selber sind ja meist noch die Geschlechtsmerkmale zu erkennen, so dass wir dann auch bestimmen können, ob wir jetzt eine männliche oder eine weibliche Moorleiche vor uns haben. In der Regel sind es bei uns männliche Moorleichen, wobei man bei den Geschlechtsbestimmungen, wenn eben keine eindeutigen Merkmale da sind, auch vorsichtig sein muss, wenn man andere Untersuchungen ansetzt. Hinweise geben uns auch teilweise die Haarfrisuren. Wir haben also zwei Moorleichen, das ist der Kopf von Osterbü und die Moorleiche von Detkin, die den sogenannten Zwebenknoten tragen, also eine Haartracht, ein Knoten, der aus langem Haar geknotet ist am seitlichen Schädel und aus schriftlichen Quellen von Tacitus und bildlichen Darstellungen, unter anderem von der Trajansäule, wissen wir eben, dass diese Haartracht charakteristisch für Männer war, während der römischen Kaiserzeit der ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt. Also überwiegend Männer, das könnte man schon... In Schleswig-Holstein, für Schleswig-Holstein kann man das so sagen, aber wie gesagt, das muss man mit Vorsicht betrachten. Das gleiche Bild zeigt sich zum Beispiel in England und Irland, wo wir auch überwiegend männliche Moorleichen haben. In unserem Nachbarland Dänemark ist das Verhältnis dann aber für den Zeitraum wieder ausgeglichen. Also da gibt es auch eine Reihe von weiblichen Moorleichen. Nun ist es ja unsere Aufgabe als Archäologinnen und Archäologen, Fundmaterialien auch zu interpretieren und Lösungen anzubieten, die erklären können, warum Menschen in der Eisenzeit in Moore gelangten. Sind die verunfallt? Sind die bewusst niedergelegt worden? Sind es vielleicht auch Leichen, die versteckt worden sind? Da gibt es ja ein breites Spektrum an Interpretationsmöglichkeiten. Und Tacitus, den du gerade erwähnt hast, der römische Geschichtsschreiber am Ende des ersten, frühen zweiten Jahrhunderts nach Christophs, hatte ja auch bestimmte Vorstellungen, wie Menschen bei den Germanen in die Moore gelangten. Also was bedeutet das eigentlich archäologisch, dieses außergewöhnliche Fundmaterial? Also erstmal schauen wir uns das natürlich archäologisch an und gucken uns die B-Funde an. Also wie ist der Körper im Moor niedergelegt worden? Das ist natürlich bei den Altfunden ein bisschen schwierig, weil wir da nicht so genaue Fundbeobachtungen haben. Bei den neueren Funden aus den 50er Jahren ist das schon eher möglich. Und so wissen wir zum Beispiel bei dem Kind von Windeby, das ja 1952 geborgen wurde, dass es in einer sorgfältig ausgehobenen Grube niedergelegt worden ist, praktisch wie eine Grabgrube. Es kamen Keramikgefäße dazu, wurden dazu gelegt und die Grube wurde sorgfältig mit Ästen abgedeckt, so dass wir davon ausgehen, dass es im Fall von Windeby, von dem Kind von Windeby sich wohl um eine Bestattung handeln würde, also eine Körperbestattung, die jetzt für die Zeit hier in Schleswig-Holstein selten ist, aber auch nicht ungewöhnlich. Bei den anderen Moorleichen haben wir teilweise Hinweise auf eine gewaltsame Tötung, das ist natürlich der Schädel von Osterbüh, da ist ja ganz bewusst der Schädel von dem Körper abgetrennt worden, gleich ist es im Fall von Detkin der Fall. Bei anderen Moorleichen können wir die genaue Todesursache nicht so eindeutig feststellen. Und warum diese Körper dann in das Moor gelangt sind, da gibt es eben dann verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Das können natürlich im Rahmen von Opferhandlungen niedergelegte Menschen sein, es können aber auch eben durch Unfall oder durch Verbrechen, dass die Menschen ein Verbrechen begangen haben, bestraft wurden und dann praktisch abseitig der normalen Bestattungsplätze deponiert wurden. Denn diese Moorleichen sind in der Regel Einzelfunde, also dadurch unterscheiden sie sich ja auch von der zu der Zeit in Schleswig-Holstein herrschenden regulären Bestattungssitte, wo eben die Toten auf großen Ohnengräberfeldern bestattet wurden. Also es ist schon so eine Art Sonderbestattung oder aber ein Opfer, aber endgültig werden wir es dann wohl nie so klären können. Aber das bedeutet, es gibt überhaupt kein eindeutiges eindimensionales Bild in der Erklärung, sondern der Zustand der Körper, die Auffindungsbedingungen, das Umfeld muss genau analysiert werden und in unterschiedliche Richtungen dann eben ausinterpretiert worden. Also das ist natürlich ein super spannendes Thema für jede Art von archäologischer Forschung. Genau, das macht es für uns Archäologen natürlich diese menschlichen Überreste so spannend. Und heutzutage arbeiten wir ja auch viel mit den naturwissenschaftlichen Nachbardisziplinen zusammen, um dort noch weitere Erkenntnisse zu gewinnen, was jetzt bei den alten Funden damals im 19. Jahrhundert natürlich nicht so möglich war. Und viele medizinisch-forensische Nachbarwissenschaften spielen eine Rolle und können uns gegebenenfalls neue Erkenntnisse liefern. Auf der anderen Seite macht das natürlich die Moorleichen auch für unser Besucherpublikum so spannend. Viele Dinge können sie erfahren zu den Moorleichen, zu Einzelschicksalen, aber eben auch, wie man solche Funde untersucht. Du hast gerade unsere Gäste angesprochen. Für viele Menschen, die diese Ausstellung hier besuchen, wird ja vielleicht das allererste Mal sein, dass sie einen solchen toten Körper in so einem fast vollständigen Zustand sehen können. Für viele vielleicht auch das letzte Mal tot wird ja auch ein bisschen ausgeblendet in unserer heutigen kulturellen Situation. Wie reagieren denn die Gäste auf diese Ausstellung? Finden die den Abstand, den wir herstellen zwischen den Körpern und den Gästen, empfinden die das als angemessen? Wie sind da deine Erfahrungen und wie erforschst du gerade diese Erfahrungen auch? Also wir führen einerseits Besucherbefragungen durch und da ist das Ergebnis, dass wir überwiegend Zustimmung haben in der Sache, wie wir hier die Moorleichen präsentieren. Wir haben aber auch unsere Ausstellung so gestaltet, dass wir die Besucher behutsam in das Thema einführen. Der Raum ist leicht abgedunkelt, etwas abgetrennt von der normalen Ausstellung, so dass man auch entscheiden kann, ob man jetzt sich diese Ausstellung anschaut oder nicht. Also überwiegend positive Zustimmung, nur knapp neun Prozent äußern Bedenken. Viele sind fasziniert von den Moorleichen, was man darüber erfahren kann und haben eigentlich auch keine ethischen Bedenken und Stimmen der Ausstellung zu. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war sicherlich ein spannender Einblick in dieses außerordentliche Ensemble von archäologischen Funden, die für uns mit einer besonderen Verantwortung nicht nur in der Haltung und Bewahrung verbunden sind, sondern eben auch in der Art und Weise, wie wir sie ausstellen. Ich bin dir sehr dankbar, Angelika, dass du uns in deine Forschungswelt zu deinen Moorleichen hier geführt hast. Damit beenden wir zunächst unsere kleine Serie Archäologie zu zweit hier auf Schloss Gotthof und werden mit unserer nächsten Folge nach Heiterbu umziehen. Dort erwartet uns dann Dr. Volker Hillberg, der uns in die Funde von Heiterbu einführen wird. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. 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 Bis dahin, alles Gute. 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 Vielen Dank.